Und dann kommt sie genau auf uns zu, bis er richtig bei uns angetroffen ist. Oh! Hinter mir! Der ist hinter mir! Der ist hinter mir! Oh der Scheiß! Oh! Oh! Scheiß Flirmaus! Geh weg, Alter! Hallo und willkommen zurück bei den deutschen VR-Gamern. Ich bin's, euer D&C und ja, diesmal in dieser Folge geht's ab ins Finale. Das letzte Kapitel, Kapitel 5 und ich wollte mich nochmal bei euch bedanken für so viel Liebe im letzten Video. Für die vielen Likes. Vielen, vielen Dank, Freunde. Und ja, wie gesagt, wir gehen ins Finale. Das letzte Kapitel steht an. Wir haben noch was auf dem Tisch zu liegen. Eine Kassette. Und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Bis gleich. So, hier haben wir Zettel. Wie in der letzten Folge schon gesagt. Habe ich aber schon zweimal gesagt, letzte Folge, aber ich sage es lieber immer öfter. Für Leute, die es vielleicht nicht ganz mitkriegen. Ich gucke es euch, ich halte es euch hin. Und ihr könnt Pause drücken und könnt es euch durchlesen. Weil ich bin ja sowieso nicht der Übersetzungskünstler. Und wenn ich das jetzt hier alles übersetze, dann stehen wir hier vielleicht fünf bis zehn Minuten und ihr schaut dabei zu und hört dabei zu. Und ja, ich denke, es ist für die meisten einfach langweilig. Ich hoffe und ich denke, ihr habt Verständnis dafür. Und wir schauen uns jetzt mal, was auf dieser Kassette drauf ist. Kommt schon. Detective Jameson, Präsident Interview at New Hampshire CF. Ist ein Verhör. Where's the detective? I want Boston PD. You're in New Hampshire, pal. We ain't going on a field trip. I'm all you got. So you can tell me what you need. You're wasting time. I can feel Pazuzu clouding my mind. Paz-Uzi? Screw this. Guard! No, no, wait, wait. I'll talk, okay? But you'll have to promise you'll get this to Boston PD. Just get on with it, pal. Detective, I hope you're listening because he is listening. He hears everything. And has silenced all that oppose him. I know that he wants me next. But be warned, detective. I'm not his prize. You are. This is going nowhere. You must go to his tomb. It's the only way. It sits sealed off below the border of Iraq and Jordan. Someone must have disturbed the excavation site. Please, Dr. We're through here. I've got real work to do, you wacky job. Detective Jameson, prison interview at New Hampshire CF. Look, pal. We're going to confess today, or we're going to get another waste of time. Another confession? Yes, I do have a confession to make. I torture men for our own game. I take their eyes to see. I take their tongue to speak. And I take their souls to feed. Okay. So who have you tortured? Give me a list. Oh, many, many. Too many to count. You think me a copycat. You think me obsessed with a Gemini killer. You call me a copycat killer, bud. I am not. I am the original. I am the madness in the caves of Decapolis. I am wild dogs loose on the girl in Morocco. I am the claw in that priest's throat. I am the noose upon this man's neck. I am the voice in your head. I am the noose in your head. Hmm. Okay. Okay, Shi'at. Fucking shit. Ja, es ist anscheinend... Ja, es wird Zeit in die Höhle des Löwen zu gehen. Ich würde sagen, wir betreten... Treten dem Bösen des Bösen gegenüber. Dem Bösesten vom Bösen. Detective, check the board for open cases, please. Yes, es ist okay. Die ganzen Folgen lang. Immer wieder. Ach, verdammt. Die Olle nervt. Okay, das war's. Keine Ahnung, was ich da mache. So, ähm... Ich bin aufgeregt. Ja, toll. Er ist die Stimme in unserem Kopf. Er will uns. Und wir gehen zu ihm und stellen uns. Und werden ihn töten. Und wenn wir auch dabei sterben müssen. Oder uns opfern müssen. Und wir gehen zu ihm. 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 So, da sind wir. Ja, Kapitel 5, Freunde. Ja. Ja. Wir haben uns auf jeden Fall gesagt, wir sind jetzt, und er hat auch wirklich recht, klar, es ist dumm und wir müssten eigentlich, warum gehen wir hier, oh, guck mal, hier ist ein Seil. Wir können wieder abhauen. Hier sind wir runtergekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, es ist ja auch saudunkel. Wir sind hier runtergeklettert, um zu dem Dämon zu kommen oder dem Teufel. Nein, das können wir auch nehmen. Ah! Und was ich sagen wollte, er hat auch vollkommen recht, und so ist es ja auch. Warte, ich muss kurz weiter unten anfassen. Nein! Scheiße. Wir sind einfach zu weit schon, wir sind schon zu weit gegangen, schon so weit nach vorne gekommen, vom Weg her, um jetzt umzudrehen und es einfach nicht zu beenden. Wir sind zu weit gegangen und fucking hell, Alter. Es ist scheiße dunkel und ich sehe gar nichts. Es ist wirklich stockduster eben hier gewesen. Jetzt sehe ich wenigstens hier ein bisschen noch was. Hier ist wenigstens noch Sonnenlicht. Alter. Alter, hier, hier alles. Ich sehe hier jetzt nur links hier die Steine. Ihr seht vielleicht noch weniger. Aber es ist bei mir auch stockduster. Alter, und da auch nichts. Da ist einfach rein nichts. Natürlich wieder wie immer mit dem Motion Controller. Hab ich ja schon gesagt, ist immer das Beste. Und da strahlt noch etwas Licht durch. Alter, ich weiß, wo wir sind. Krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Alter, krass, Leute. Wir sind in der Betthöhle. Heilige Scheiße. Krass. Oh fucking hell. Die Betthöhle. Ich wollte hier schon immer rein. Ja, okay, jetzt wird es langsam nicht mehr so kitzig. Es ist scheiße dunkel. Wir müssen hier wieder irgendwo rein. Alter, ey, hier kann alles durchspringen. Hier kann alles zu dir hinspringen. Was ist das Lagerfeuer? Hier war jemand. Kann ich die nehmen? Kann ich die nehmen? Nee, kann ich nicht. Hier war auf jeden Fall jemand. Hier ist Ausrüstung. Eine Facke haben wir wenigstens. Boah, die macht uns wenigstens etwas Licht. Defense. Kein Zugang. Kein Durchgang. Betreten, also verboten hier an dieser Stelle. Also würde ich sagen, Leute, hauen wir einfach ab. Es bringt nichts. Hier ist einfach eine Tür, die ist verschlossen. Wir haben es versucht. Und darum geht es einfach. Auch allgemein im Leben. Im Leben geht es darum, einfach auch Sachen zu versuchen. Und manchmal kommt man einfach an ein Tor und kommt nicht weiter. Ist halt so. Ja, gut, ich höre auf. Nee. Können wir nochmal zumachen? Ach du Scheiße. Zutritt verboten. Okay, das war gerade Gänsehaut. Ich weiß immer halt nicht, wie viel ihr hört, ob ihr mehr hört. Oder genauso viel hört, meine ich. Manchmal ja auch weniger durch den Ton. Da hat was geflüstert gerade. In mein Ohr. Ach du Scheiße, es fühlt sich... Alter Scheiße. Es ist gerade mega beengt. Ich fühle mich so eingeengt. Als wäre hier links und rechts einfach wirklich hier eine Wand. Und hier oben die Decke ist auch so klein. Alter, du... Ich denke immer, hier springt jetzt was. Ach du Scheiße. Schon wieder ein Flüstern. Und hier sind... Es sieht aus... Es sieht aus, als wären hier Kreuze. Ich will mal was testen. Weil da Kreuze sind. Einfach nur als Test. Scheiße. Warte mal. Teufel. Nee. Nee. Okay, Scheiße. Ich fühle mich gerade mega unwohl, wenn die Fackel da unten liegt. Das war eine schlechte Entscheidung. Komm. Ja. Sauber. Sauber. So muss es laufen, ne? Ich sehe da hinten etwas... Da spiegelt irgendwas. Reflektiert, meine ich. Da reflektiert was. Wie kennt ihr das? Wenn ihr irgendwie eure Katze oder eine Katze oder so ist im Dunkeln irgendwo auf der Straße und dann habt ihr irgendwie Licht an und ihre Augen reflektieren. Denn so sieht das gerade aus. Fucking shit. Scheiße. Alter. Fuck. Und ich muss jetzt da rein, ey. Da links auch. Da links auch. Das sind Augen, oder was? Hä? War das ein Grafikfehler? Das waren die Kerzen. Die sind aber nicht mal an. Geht mal an. Kommt. Ich kann dich echt anzünden. Oha. Nice. Guck mal, ich kann dich anzünden. Lalalala, machen wir es uns doch wenigstens gemütlich in dieser ungemütlichen Behausung. Da, 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 da. Ja, Leute, tut mir leid. Ich muss mich ein bisschen, ähm, ja. Ich will ja kein, äh, Herzen verkriegen, ne? Muss mich ein bisschen runterkommen lassen, ne? Kann ich die auch nochmal anzünden? Ne, die sind schon abgebrannt. Ne, es hat wirklich reflektiert. Ich weiß halt immer nicht, wie viel ihr seht. Aufnahme ist meist immer ein bisschen dunkler. Aber es hat da echt reflektiert, als wären da irgendwie Augen. Hier haben wir ein Seil. Bilder, die kommen wir nicht. Hier, es sieht aus, äh, hier ein Durchgang, aber da sind Steine vor. Hier auch. Aber hier sind noch schöne Bilder. Religiöse Bilder. Jesus Christus hier über der Tür. Ja, und ich habe mega Schiss. Aber wir müssen halt, ne? Ach, wir dürfen auch nicht immer Schiss haben. Anstatt Schiss haben, wir müssen auch mal mutig sein. Wir müssen Mut haben und zeigen und beweisen. Du Scheiße. Ja, toll. Tolle Mut. Super. Ja, tolle Mut. Scheiß auf Mut. Gut, ganz ehrlich. Wer hat Mut erfunden? Wat? Ich kann nicht so viel lesen hier. Da steht nur Wrat. Wrat. Ist das so ein Ausdruck wie Scheiße? Hallo? Ist das so ein Ausdruck? Oh, das war einfach nur Staub. Der von der Decke fällt. La 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 la. La 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 la. Hallo? Ist hier wer? Ich hätte eine Frage. Ich bin Arsch-Schiologe. Und ich bin gerade auf einer Entdeckungstour. Hier ist Reisen. Ja, ich bin auch am Reisen gerade. Und deshalb, da ich gerade am Reisen bin, wollte ich gerne fragen, wissen Sie denn zufällig, wo es hier lang geht? Mein Freund, mein Freund, es ist wie ein Labyrinth, ich komme mir vor, als lau liefe ich, entschuldigen Sie bitte meine Grammatik, liefe ich im Kreis. Das ist, als esse ich mal einen trockenen Reis. Was ist das denn für ein Scheiß? Ja, ich höre auf mit dem Reim jetzt. Äh? Wir sind schon wieder hier. Ey, das kann ja nicht wahr sein jetzt. Mox mofosch? Das kann's doch nicht sein. Okay, wir sind schon wieder hier. Fuck. Ja, okay, hier waren wir. Oh, scheiße. Ja, mit dem Flüstern weiß ich immer nicht, ob ihr das hört. Wäre nice natürlich, denn fühlt ihr halt, warum ich Gänsehaut habe. Hier sind wir noch nicht lang, oder? Scheiße. Hier sind wir letztes Mal lang, oder? Nach rechts. Hä, wir sind schon... Ey, die, die, äh, die, äh... Ich will jetzt den Ausdruck nicht sagen, aber die, äh... Ich sag jetzt mal, die crasht meinen Kopf. Die Gestalt. Ne, warte, hier sind wir schon lang gelaufen. Jetzt laufen wir mal hier lang. Äh! Ich hab immer Schiss! Oh Gott. Repent! Hör auf, mir zu zu flüstern! Das macht mir Angst! Oh. Oh. Okay. Ähm. Hier ist ein Bild mit einer ekligen... Ja, was heißt eklig? Nein, ich möchte keine Götter beleidigen. Ich glaube, es ist ein Gott. Der hat hier echt tolle Sachen. Einen Kopf. Einen Säbel. Eine Leiche unter sich. Und der Lach, der ist sehr zufrieden. Ähm, ich hoffe, da ist jetzt nichts hinter uns. Oh. Waren das meine Schritte? Okay, ja. Es waren meine Schritte. Alter Schwede. Tut mir leid wirklich, wenn ich auch viel rede. Aber ist ja auch Sinn eigentlich bei so nah beim Let's Play hier. Aber... Äh. Ich hoffe, es ist okay für euch. Also... Oh. Oh, hier geht's weiter. Ich muss mich echt damit ablenken. Hör auf, Musik. Was ist das? Stopp. Nein, da kommt jetzt nicht was von oben, oder? Entweite! Dämonen, entweite! Okay, ne, da ist nix. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, weiter nach vorne können wir auch gar nicht. Oh, fuck. Oh! Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Ich wollte mich gerade festhalten, aber mir ist ja aufgefallen, hier ist gar keine Brücke. Also, dann bringt Festhalten auch nix. Aber wir müssen hier lang. Ja, wir müssen hier lang. Was ist das hier? Ist hier ein Hebel, oder sowas? Da ist ein Stock, oder sowas. Hier, guck mal. Was ist das? Warum können wir das nehmen? Warte. Okay, ich würde sagen, es ist sautief. Weil man hört jetzt immer noch kein Aufprall. Scheiße. Was ist mit der Fackel, ey? Ich muss die kurz erstmal zur Seite legen. Warte, kann ich die hier reinstecken? Ne. Ich muss die mal kurz zur Seite legen. Och. Irgendwas. Piece of Lamp. Hat der es mir gerade automatisch? Ich wollte gerade allgemein nur öffnen. Jetzt hat der mir das hier. Mal gucken, war das jetzt ein Hinweis? Hä? Ach, da ist die Fackel. Hä? Warte mal. Äh, nein. Bleib hier. Immer die Dinger, die sich immer selbstständig machen. Könnt euch nicht selbstständig machen, Mensch. Scheiß Lampe. Sowas ist riskant. Wer liegt hier gerade mit so vielen Mitarbeitern? Ich weiß, der Witz war sehr flach. Tut mir leid. Ich muss mich halt einfach ablegen. Warte mal, wir konnten davor nicht weiter. Wenn es mich zu erzählen, das ist jetzt ein Weg. Das ist ein geiler Weg. Hier, das ist ein Weg. Oh, ja. Ja, Batman ist hier. Ich weiß. Ich weiß es schon. Ja. Scheiße, die Lampe ist ausgestiehen am Abgrund. Ach du Scheiße. Das ist er, oder? Ist er das? Er ist in unserem Kopf, oder? Redet er gerade aus der Entfernung? Scheiße, unsere Fackel. Ähm, wir brauchen die Fackel. Heilige Scheiße. Also da runterfallen möchte ich hier nämlich auch nicht. Dieses Gefühl ist nämlich auch echt eklig. So runterzufallen. So, okay. Weiter geht's. Ach, Leute. Von heute. Schon wieder. Die Stimme, die dann auch immer näher kommt. Die kommt dann auch immer näher. Also ich höre, wie die immer weit weg ist. Irgendwo verwinkelt. Von allen Richtungen. Und dann kommt sie genau auf uns zu. Bis er richtig bei uns angetroffen ist. Oh. Hinter mir. Der ist hinter mir. Der ist hinter mir. Oh, der Scheiß. Oh. Oh. Scheiß, Flirmaus. Geh weg, Alter. Ey, lass mich hier alle durch, Alter. Ey, ihr könnt mich am Arsch legen. Die Stimme war hinter mir. Ich habe Gänsehaut pur. What the fuck. Wir sind wieder hier. Wir müssen weiter geradeaus. Wir können jetzt nicht mehr stehen bleiben oder nach hinten gucken. Die Stimme war hinter uns. Der verfolgt uns. Alter. Oh Gott. Der ist immer noch hinter uns. Oh. Oh Gott. Nein, 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 nein. Der war da hinter uns. Der war hinter uns. Die Statue. Nein. Das ist so eklig. Gott ist Sinn. Ah, ja, Staub. Verkriech dich. Oh, jetzt habe ich gerade Dauer Gänsehaut. Da ist schon wieder irgendwas, was leuchtet. Was? Was? Was ist das? Hier ist eine blutige Hand. Hier ist voller Blut. Da ist nix. Oh nein. Nein, jetzt ist was hinter uns. Nein. Warte mal, ich nehme jetzt unser Kreuz einfach nebenbei in die Hand, Alter. Ich fühle mich so sicherer. Und vielleicht können wir damit auch irgendwas machen. Oder irgendwie was anderes. Oder da in der blutigen Hand irgendwie. Komm. Komm her. Komm her. Nein. Oh. Also ich schwöre euch, die Stimme, die war hinter uns. Oh. Die war hinter uns, der Typ. Können wir irgendwie hier was machen? Oder irgendwas hier aufdecken? Ich pumke hier nochmal. Nee. Vielleicht mit dem Licht? Scheiße, ey. Äh. Was? Nein. Nein, die Facke ist weg. Die Facke ist weg. Ich glaube, ich sterbe. Leute, wir sind tot. Die Facke ist weg. Ach du Scheiße. Jetzt ist das doch noch schlimmer. Ach du Scheiße. Ich sehe nichts mehr. Ich sterbe hier. Ich sterbe. Ach du Scheiße. Ist das eklig. Oh nein. Es ist noch schlimmer. Ach du Scheiße. Mein Licht geht dauernd aus. Warum geht mein Licht dauernd aus? Hä? Oh nein. Wir sind schon wieder hier. Mein Licht geht dauernd aus. Mann. Ja. Hallo. Guten Tag. Kommt. Es wäre so ein typisches Spiel. Wir sollen bestimmt da hingehen. Das ist unser 1. Sonst rennen wir hier weiter im Kreis. Betten? War das hier? Alter. Scheiße. Ey. Unser Licht, Alter. Das geht dauernd aus. No way out. Kein Weg raus. Kein Weg nach draußen. Ich habe echt mega Schiss. Ich glaube wir sind wieder falsch. Warte mal. Wir gehen hier hin und dann wieder hier hin. Scheiße ey. Ohne Fackel ist das echt kacke. Achso. Es hat immer so ein Auflade-Ding. Okay. Jetzt sehe ich es erst. Hier ist eine Tür. Hier ist eine Tür. Oh. Alter. Ich würde mich jetzt komplett verarschen gerade. Hört auf damit. Hört auf damit. Oh nein. Ich vermisse echt unsere Fackel. Hier war noch einer. Oder war es nur ein Traum? Okay. Warte. Wir lassen kurz aufladen. Habe ich jetzt erst gesehen, dass da ein Ladebalken ist. Ja und jetzt. Wo geht es denn jetzt hier weiter? Eine Gummizelle ist das. Ja, gutes Horrorspiel. Das gefällt mir. Dieser Stil gefällt mir sehr. Ich liebe bei Horror dieses Ding. Wenn du irgendwo hingehst, drehst dich um und etwas ist verschwunden oder hat sich geändert. Oder eine Tür ist weg. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Heilige Scheiße. Nein. 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 Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Jetzt ist alles aus Stein. Nein. 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 Geh weg. Nein. Nein. Scheiß Dämon. Ah warte, wir müssen ihn bekämpfen. Er zeigt sich endlich. Du Penner. Na, wie gefällt dir das? Äh. Nein. Halt's Maul. Wer macht hier so eine Knurrgeräusche? Alter. Ich raste aus, ne Leute? Ich raste aus. Ach, ja. Ja. Gut. 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 Ich raste aus, ne, ich raste aus, ne, ich raste aus, ne, ich raste aus, ne, ich raste aus. Also Horror ist echt nix für schwache Nerven. Facke, 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 wo warst du so lange? Ich hab dich vermisst. Mein Schatz, tut mir leid. Ich will dich nie wieder verlassen. Oh Gott. Oh ja, schon der erste, der erste, ja. Ich werd dich nie wieder verlassen und dann... Los. Und dann kommt sowas. Ich will's nur besser halten. So. So ist perfekt. Oh, schon viel besser.